Musik Mein Name ist Anna Gaul, ich bin 19 Jahre alt und studiere an der Charité Medizin und betreibe jetzt hier an der Sportschule Randwurk Pro seit 5 Jahren Kampfsport. Musik Wenn ich direkt an MMA denke, denke ich eigentlich direkt an die, also klar, jetzt als Kämpfer, nachdem ich den Kampf gemacht habe, denke ich direkt an das Gefühl, wie es ist, im Ring selber zu steigen, einfach was man für eine wahnsinnige Energie in sich hat, aber dann eigentlich direkt an die Techniken, die dahinter stehen, also es hat nichts mit draufschlagen, raufprügeln zu tun, sondern es ist wirklich sehr taktisch, es ist sehr technisch, ohne Taktik und Technik, ja ohne Technik, ohne Taktik und Technik wärst du verloren im Ring. Da könntest du nicht mitspielen, nicht lange zumindest. Musik 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 Normalerweise ist es so, dass wir direkt von morgens um 8 Uhr Vorlesung haben, die ist bei uns allerdings nicht Pflicht und dann mache ich es meistens so, dass ich morgens um 8 aufstehe, genau, mich dann zu Hause selber hinsetze, selber die Vorlesung erarbeite, dann wirklich zwei, drei Stunden intensiv lerne, dann fahre ich meistens zur Uni, nehme meine gesamten Trainingssachen auch schon mit, das ist so ein bisschen anstrengend, weil ich echt einen riesen Rucksack habe, den ich da mitnehme, du brauchst natürlich auch alle Sachen. Nach der Uni fahre ich dann zum Training, bin ich meistens gegen 16 Uhr hier und trainiere dann selber eine Runde, also sei es, dass ich an den Sandsack stelle für eine dreiviertel Stunde oder dass wir Sparring machen, dann ist meistens so eine andere Trainingspartnerin mit mir hier und jetzt. Musik 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 Dann habe ich auch zweimal die Woche noch meine eigenen Kinderkurse, da habe ich einmal Dienstag einen Kurs für 4-Jährige und freitags einen Kurs für 5-, 6-, 7-Jährige, das macht auch echt super viel Spaß, also ich muss auch sagen, die Entwicklung der Kinder mitzubekommen ist einfach super toll und ich meine, ich habe früher auch auf dem Level angefangen, ich war ein bisschen älter als ich angefangen habe, also ich war jetzt nicht 4 oder 5. Musik 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 200 Musik Hier an den bartenden lös臉 Wir machen also noch mal , unser chlorineowy worked für eine Fahrt, wir nehmen als erstes das Krähen auf das Brust, jetzt geht der Fußladen bis hin vom Fußladenden quenkten den Arm weg und anschließend kommen Deutschland mit der Anderen Hand Autant Stück Ihr 피부 Ja, ein Aufschlag. Ja, das geht's. Ich habe mal mit acht Jahren, war ich bei einer Karate-Stunde, also ich war zwei, dreimal da, da hatte ich dann mal so eine Angst vor dem Trainer entwickelt, wahrscheinlich einfach auch, weil er viel größer war und ja auch ziemlich furchteinflößend für mich dann auch aussah. Dass ich gesagt habe, okay, es ist erstmal doch nichts für mich, aber der Wunsch war schon immer da, dass ich Kampfsport machen möchte. Und dann mit 14 habe ich gesagt, okay, es war ziemlich spontan, okay, jetzt möchte ich es mal machen und es war dann wirklich, ich bin zu meiner Mama gegangen und meinte, ich würde gerne Kampfsport machen und am selben Tag war ich auch schon hier in der Sportschule und habe eine Probestunde gemacht. Ja, eine Woche später war ich hier angemeldet und war dann erstmal regelmäßig nur zweimal die Woche beim Training und es hat sich dann relativ schnell gesteigert, auf dreimal die Woche, viermal die Woche. Als ich das erste Mal von MMA gehört habe oder mit MMA in Kontakt gekommen bin, war ich erstmal nicht so begeistert, muss ich sagen. Das lag aber auch daran, dass es einfach in Deutschland, ja, dass die Grundstimmung gegen MMA erstmal ist und dass meine Eltern auch, ich will jetzt nicht sagen gehetzt haben, aber sie waren auf jeden Fall dagegen, so haben sie es auch ausgedrückt und haben es immer wieder gesagt und dann war ich auch selber erstmal, okay, MMA ist nichts für mich, das ist für mich, ja, ich finde es, ich vertrete es nicht, dass man am Boden ist und weiterschlägt. Die Einstellung hatte ich dann auch ziemlich lange, mein Trainer hat mich auch immer wieder probiert zu überzeugen, zu überreden, wir haben auch echt oft darüber gesprochen und ich war aber immer wieder, nein, das mache ich nicht. Das hat sich dann eigentlich erst vor einem halben Jahr, sag ich mal, geändert, da war ich für längere Zeit in Irland und in Irland ist ja der MMA-Sport schon ziemlich groß, also da habe ich auch in einem Gym trainiert, wo mehrere Profisportler waren. Ich glaube, der Ausschlag gegen den Punkt war für mich, dass sie es so normal dargestellt haben. Hier in Deutschland ist es super verpönt, du sagst, du machst MMA und alle gucken dich erstmal schräg an und fragen dich, was das überhaupt für ein Sportart ist und warum ich das mache und ob ich das nicht irgendwie brutal finde und sowas alles. Und da bin ich zu meiner Gastfamilie gekommen und meinte so, naja, war ich noch ganz schüchtern, was weiß ich noch, habe ich mich gar nicht getraut zu fragen, weil ich dachte, okay, die Reaktion ist genau die gleiche. Meinte so, naja, ich mache MMA, Kampfsport und so und dann waren sie hellauf begeistert, wo ich auch erstmal richtig überrascht war und dann hatte ich auch einmal ein Gespräch mit einem von den Trainern und dann hat er mich gefragt, warum ich denn überhaupt gar nicht drüber nachdenke, MMA zu kämpfen und warum ich das bis jetzt immer abgelehnt habe und da habe ich ihn auch anguckt und meinte, naja, so ein bisschen Angst davor habe ich auch, in den Käfig zu steigen oder in den Ring zu steigen und das war, ja, da hat er mich auch anguckt und meinte so, das ist ganz normal, das hat jeder MMA-Kämpfer eigentlich davor auch, aber was würde ich verlieren, wenn ich es mal ausprobieren würde und dann habe ich selber darüber nachgedacht und meinte so, okay, stimmt, einmal ausprobieren kann man es ja, wenn ich danach sage, es ist nichts für mich, dann kann ich auch wieder aufhören. Ja, und im Endeffekt muss ich jetzt sagen, dass ich echt froh bin, dass ich es jetzt gemacht habe und dass ich den Mut zusammengefasst habe und jetzt diesen Schritt gemacht habe. Seitdem bin ich eigentlich voll in diesem MMA-Fieber drin und es macht mir auch irre viel Spaß zu trainieren, ich finde es super interessant, man kriegt doch nochmal andere Blickwinkel auf diesen Sport, wenn man es jetzt auch intensiver trainiert, wenn man auch selber drin kämpft. Ja, ich habe es mir, muss ich sagen, ganz anders vorgestellt, als ich in den Käfig gestiegen bin, also ich dachte eigentlich schon, ich habe ja auch mit Julia vorher noch gesprochen, mit Julia Dorni, die hat ja schon oft gekämpft, auch EM und WM schon mitgemacht und sie meint, dass es doch immer einen Moment gibt, wo man kurz Angst hat. Also sobald sich die Käfigtüren schließen, sobald man dieses Klicken hört, ist doch immer ein Moment da, wo man doch nochmal Panik bekommt, nochmal Angst und ich dachte, dass es bei mir eigentlich auch so sein wird und es war eigentlich komplett das Gegenteil. Also den Moment wirklich, wo sich die Käfigtüren geschlossen haben, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich war wirklich so in mir selber drin, war so konzentriert auf diesen Kampf und man hat so eine unglaubliche Energie in sich, man kann sich das gar nicht vorstellen. Also es ist echt, es ist auch echt ein tolles Gefühl, jetzt auch im Nachhinein betrachtet, ja, ist schon echt, ist schon echt cool, muss ich sagen. Also ich bin froh, dass ich jetzt doch die Schiene da, auf diese Schiene gegangen bin, dass ich jetzt sage, okay, ich kämpfe jetzt MMA. Ich bin froh, dass ich jetzt sage, okay, ich bin froh, dass ich jetzt sage, okay, ich bin froh. Anagol, Germany in the blue corner, in the blue corner, in the red, there's the junior flyweight final. Herd, introduced to 2018 female junior flyweight champion, Rosen in Germany, Kronen Kohl! Yes, Germany said they had a new team coming through, they were looking to reemerge and some new talent and this is one of them in the junior flyweight division, Anagol. Wie sich das jetzt so entwickeln wird, weiß ich nicht. Wenn ich natürlich irgendwann die Möglichkeit, also ich weiß auch nicht, wenn ich die Möglichkeit bekommen würde, jetzt in den Profibereich zu wechseln, was ich dann wirklich mache. Ich sage das zu jetzt mal bewusst nichts, weil ich vor einem halben Jahr auch gesagt habe, okay, ich mache auf gar keinen Fall MMA, jetzt bin ich Europameisterin. Jetzt werde ich demnächst auch zur WM fahren. Und mein Traum war es, immer Ärztin zu werden. Also es war, seitdem ich sieben, acht Jahre bin, wollte ich immer Ärztin werden. Das heißt, dass ich diesen Traum auch weiterhin verfolgen werde, oder wie das jetzt ist mit MMA und Profikarriere und was weiß ich, da möchte ich mich gar nicht zu äußern. Das werde ich jetzt sehen, wie die nächsten Jahre laufen. Wir stehen jetzt auch noch relativ am Anfang. Also genau, wie gesagt, beim Halmjahr hätte ich gesagt, ich kämpfe nie MMA. Jetzt sitze ich hier, bin Europameisterin, fahre zur WM. Ja, ich lasse es einfach mal so. Ja, ich lasse es einfach mal so. Ja, ich lasse es einfach mal so. Ja, ich lasse es einfach mal so.